Hallo Minecraft Freunde, diesen Stand werdet ihr sicherlich kennen. Hier hatte ich mein Pistons Haus gebaut und, ups, uch, wo ist das? Jep, der Berg ist gewachsen, aber das nicht ohne Grund. Da hinten lukt noch ein bisschen von dem Haus raus. Ich habe ein wenig verändert. Zunächst einmal, wir haben jetzt eine Geheimtür. Wenn wir reingehen, stellen wir fest, da ist noch nicht viel zu sehen. Das übliche, wir betätigen den Hebel, alles geht auf, aber jetzt geht es weiter. Wir haben jetzt Lichtschalter. Und zwar, in jedem Raum. In der Küche auch. Machen wir das mal an. Ihr seht, hier sind zwei Systeme geschaltet. Einmal da hinten in der Wand und einmal an der Decke. Und dann hier im Pool. Das kennt ihr noch. Und nun zu dem Lichtschalter. Und zum Schluss auch im Bad. Das heißt, das Haus ist rundum beleuchtet. Und hat eine Geheimtür. Ich hoffe, es gefällt euch. Machen wir das hier mal wieder zu. Über positive Meldungen würde ich mich freuen. Und ja, die Map wird es zum Download geben. Also ihr könnt euch die Map runterladen, wenn sie euch gefällt. Ja, ich sag dann mal. Und tschüss. Und da geht es um noch.